Hallo und herzlich willkommen zurück bei Sammlerwelten. Ja, die Bundesliga geht heute endlich wieder los. Bayern spielt gegen Hamburg und dann morgen und übermorgen die restlichen Spiele. Ich freue mich sensationell. Leider ist Matchtags 15, 16 noch nicht draußen, es kommt im Septemberjahr. Ich wollte eigentlich auch heute Matchtags 2014, 2015 öffnen, bin zum Kiosk gefahren und wurde enttäuscht, die sind da schon leer. Das ist mir die letzten Male anscheinend nie aufgefallen, dass es schon leer war. Ich war noch bei einem anderen Kiosk. Kiosk, die hatten die leider auch nicht mehr, deswegen muss ich jetzt aufs Matchtags Boosters mal im Vorrat zugreifen. Natürlich leider nicht 2014, 2015, sondern Matchtags 2010, 11 und Matchtags 2011, 12 extra. Habe ich auch länger schon nicht mehr geöffnet, deswegen fand ich das eigentlich voll okay. Während ich die öffne, will ich einfach noch darüber reden, was ich denn denke, wie die Saison verlaufen wird. Nichts gegen Hamburg, aber ich denke, die kriegen heute eine Klatsche. 4-0, ich bin mir nicht sicher. Was denkt ihr, wie die spielen werden? Schreibt es mal in die Kommentare. Das war die 50 Jahre Bundesliga-Saison, glaube ich, die hier. Deswegen gibt es da ja diese Legenden oder so. 1. FC Köln, Joel Matip, Benedikt Höwedes, Georg Niedermeyer und Chadli Amari, Amri. Was ich noch denke, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Bayern wird nicht Meister. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Wolfsburg macht es. Wolfsburg hat es auf jeden Fall verdient, denke ich. Ich bin kein Wolfsburg-Fan, falls ihr das jetzt denkt, aber ich denke trotzdem, dass Wolfsburg es schaffen wird. Und was denkt ihr, wer wird Meister? Und welchen Verein unterstützt ihr? Also, was ist euer Lieblingsverein? Schreibt es mal in die Kommentare, bitte. Des Weiteren, Relegation gibt es ja auch noch. Das ist noch weit hin, das ist ja fast gefühlt ein Jahr wieder hin, bis zur Relegation. Sven Ulreich hier, Obasi. Aber Relegation, ich denke, also Relegation und Abstieg meine ich damit jetzt. Ich bin mir wirklich unsicher. Es kann so viel passieren über die Saison. Aber ich denke, Darmstadt wird sich halten. Die sind ja aufgestiegen gerade, außer Zweiten. Haben da ja erfolgreich den Pokal, nein, nicht den Pokal, die Scheibe geholt. Und ich denke, die halten sich in der Bundesliga. Das heißt aber, dafür muss der dann ja ein anderer noch absteigen. Wer war denn nicht so gut letztes Mal? Ja gut, Hamburg. Ist halt in der Relegation noch oben geblieben. Das waren dann sozusagen die, die jetzt noch da sind. Und Paderborn ist ja weg. Ich weiß es nicht. Köln? Bei Köln könnte ich es mir vorstellen. Ich weiß es nicht. Was denkt ihr, wer steigt ab? Wer wird Meister? Welchen Verein unterstützt ihr? Wie spielt Bayern gegen Hamburg heute? Schreibt es in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall, wenn Matchtags 15-16 losgeht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.